Littort an vielen Verletzungen kam nie wirklich ins Laufen, Petric und Tor! Und was für eins! Ein sensationelles Tor von Petric. Also der Mann hat eine eingebaute Torgarantie. Das ist schon ein Phänomen. Fünfter Treffer für den HSV in der Bundesliga. Und ich glaube es war der Fehler von Arne Friedrich. Und dann schauen Sie sich das an, dieser Fallrückzieher, Seitfallzieher. Wie auch immer, fantastisch gemacht von Petric. Und Robny chancenlos. Ein Traumtor, ein Traumtor. Schauen Sie sich das an. Also wenn er den dann auch noch bewusst gegen die Laufrichtung platziert hat, des Torhüters, also dann geben wir die Superlative aus. Also der hat einen Riecher und der hat die Technik und der hat dann auch die Nerven. Und das ist all das, was du brauchst. Das ist Torjäger.